Musik Ich will auch noch einen! Musik 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 Herzbeben, Jadis, Fußballherz steht höher, nur noch knapp 10 Minuten und dann ist es soweit. Das erste Spiel wieder hier im gesunden Stadion von Jadis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Jari Otto mit der Nummer 23, Danilo Biebe mit der 27, Niko Kijewski mit der 39, Robin Krause. Der nächste Mannschaftskapitän der Braunschweiger ist mit der 2, Michael Schulz für einen möglichen Wächsel. Bei den Braunschweigern steht zur Verfügung mit der Nummer 3, Lasse Schnüter, mit der Nummer 5, Benjamin Kessel. Mit der Nummer 6, Brian Henning, mit der Nummer 7, Maurice Muldenhaub, mit der Nummer 14, Luis Wörnig als Ersatzvorrat. So, jetzt hoffe ich, bin ich zu hören und jetzt melden wir uns hier oben vom Reporterplatz. Es ist noch ein bisschen laut, weil der Stadionsprecher gerade die Aufstellung beider Mannschaften bekannt gibt. Die Ausstellung von Eintracht Braunschweig. Und ich würde ja mal sagen, er ist fast schon ein Stammgast bei Testspielen auf Dynamo TV. Ihn haben wir schon häufiger an der Seite gehabt und bringt wirklich immer profunde Expertisen, wenn es um Dynamo geht, aber auch um den Fußball allgemein. Ich freue mich sehr, der Kaderplaner von Dynamo Dresden, Christian Walters an meiner Seite. Christian, es gibt eine Menge zu beraten. Ich freue mich sehr, dass du die ersten 45 Minuten hier bist. Hallo, Jens, ich freue mich auch. Wie immer ein Leckerbissen mit dir und ja, schauen wir mal, was die Teams uns bieten. Ja, heute Eintracht Braunschweig. Ich hatte es gesagt, 21. August 2020 gab es exakt dieses Spiel. Jetzt haben sich die Dinge gedreht komplett, würde ich mal sagen. Also damals war Dynamo abgestiegen, Eintracht Braunschweig stieg auf. Die Voraussetzungen waren, wie gesagt, ein bisschen anders. Jetzt ist es genau umgekehrt. Braunschweig ist abgestiegen, wir, Dynamo, sind aufgestiegen. Was erwartest du heute von diesem Spiel? Ja, also erstmal ist es so, dass Braunschweig, also ich erwarte erstmal wirklich ein gutes Spiel, denke ich. Also wo Braunschweig jetzt sicher ähnlich fordern wird wie wir letztes Jahr Braunschweig. Ich meine, das Spiel ging ja 1-0 aus unserer Sicht verloren. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, hätte das auch übertrieben gesagt 6-1 für uns ausgehen können, weil wir Braunschweig immer wieder unter Druck gesetzt haben und mit einer guten, schon zu dem Zeitpunkt guten Mannschaft dann eben gegen den damaligen Zweitligist gespielt haben und viele Fehler erzwungen haben. Braunschweig, wenn ich jetzt die Truppe angucke, sind noch ein paar Spieler geblieben, die haben sich gut verstärkt. Bei uns gab es ein paar Veränderungen, wir haben ein paar Verletzte. Also ich glaube, das kann ein Spiel auf Augenhöhe werden und es wird für uns auf jeden Fall ein wirklich guter Test. Und hier sehen wir die Aufstellung. Zunächst mal die Aufstellung von Eintracht Braunschweig, der hat es gesagt. Ein paar neue Spieler haben sie geholt, unter anderem Robin Krause von FC Ingolstadt. Jannis Nikolau kennen wir natürlich, der ist bekannt. Der hat auch im letzten Jahr hier mitgespielt, der Ex-Dynamo. Also es gibt ein paar interessante Spieler, eben Triem von Michael Schiele. Ja, wenn man Benni Gürt hier sieht, der in Kiel und in Osnabrück schon gebombt hat oder auch hier schon in der Regionalliga im Nordost viele Tore gemacht hat. Also das ist eine gute Truppe, gute Truppe für die dritte Liga. Und dann gucken wir auf unsere Mannschaft und Christian, da gehören die Worte dir. Ordne das mal taktisch so ein bisschen ein, wie sich das der Trainer Alexander Schmidt jetzt vorstellen wird. Also wir spielen im 3-5-2 wieder mit der Dreierkette, die aus Akoto, Knipping und Paul Will im Zentrum bestehen wird. Und dann sieht man hier vielleicht schon im Feld, dass mit Jannik Stark ein Sechser vor der Abwehr agiert und daneben mit Heinz Mürschel und Luca Herrmann, der so ein bisschen den Box-to-Box-Spieler im Zentrum spielt, dann eben das Zentrum abgebildet wird. Dann haben wir außen mit unserem jungen U19-Spieler Jonas Kühn auf der linken Seite die Wingback-Position und auf der rechten Seite den Morris Schröder. Also da geht es vor allem um Laufstärke und Tempo am Flügel und vorne. Und dann mit Christoph da Ferner und dem umtriebigen, sagen wir mal variablen Spieler im Jungminseo. Also wir sehen heute definitiv den ein oder anderen Neuzugang in diesem Spiel. Bevor wir über den frischesten Neuzugang reden, vielleicht ein Wort hier zur Stimmung. Das fühlt sich wirklich endlich mal wieder wie Fußball an, oder? Wie so ein Test-Spiel, wo Zuschauer da sind. Es sind viele Dynamo-Fans da. Sebastian May ist extra hierher gekommen, der Dynamo-Kapitän, werden wir in der Halbzeit sprechen. Und wir werden auch gleich so mal ein bisschen Fußball-Feeling aufschnappen. Ich glaube, die Fans werden auch gleich sich akustisch hier im Heilbad Heiligenstadt bewerkbar machen. Ja, man hört es schön, ne? Herrlich, oder? Man hat ein bisschen Gänseperle, weil man es so lange nicht gehabt hat. Ja, wenn man den zweiten Rund guckt, überall Leute. Es riecht nach Bratwurst. Alle haben Sonnenbrillen auf. Und ja, es ist irgendwie Vorbereitungsfeeling. Und das fühlt sich geil an. Das hätten wir doch vor zwei Jahren nie so besonders herausgehoben. Da hätten wir gesagt, ja, schön, Testspiel. Aber was hat Corona alles mit uns gemacht? Also das ist wirklich, und es sollte irgendwann so ein bisschen natürlich Normalität einziehen. Wir müssen irgendwann zur Normalität übergehen. Viele Menschen sind ja jetzt auch schon geimpft. Der Chef von Borussia Dortmund hat ja neulich mal die Frage gestellt, warum sollte man geimpfte Menschen nicht ins Stadion schicken dürfen? Da, wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich mit Corona erstmal noch eine Weile leben. Und wenn man geimpft ist, warum dann nicht ins Stadion? Aber die Diskussion wollen wir jetzt sicherlich heute Nachmittag nicht führen. Wir wollen uns auf das Spiel konzentrieren. Tipping hat den Ball. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns auf einen spannenden Auftritt. Es ist das dritte Testspiel. Die ersten beiden habt ihr gewonnen. Wie ist Braunschweig im Vergleich zu den beiden anderen Mannschaften, also zur U23 von Hertha BSC und zum FK Japlonetzer aus Tschechien einzuschätzen? Also ich glaube, Braunschweig, ich will jetzt keine Lügen erzählen. Also ich glaube, die haben 3-3 gegen Hertha gespielt. Und ich glaube, dass die auch physisch und auch vom Vorbereitungslevel auf einem mentalen anderen Niveau sind als Japlonets. Die Japlonetzer wirkten mir noch ein bisschen müde, ein bisschen, war lustlos, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber nicht in jeder Lage irgendwie spritzig. Das war dann, ja, wir hätten halt auch die eine oder andere Chance noch besser ausspielen können. Und die machen ja auch ein Tor dann eher aus einer Unaufmerksamkeit. Ich glaube, Braunschweig ist deutlich höher anzusiedeln erst mal, unabhängig jetzt von der individuellen Qualität. Aber das wird uns heute mehr fordern als auch Hertha, wo wir dann ja dann am Ende doch schon auch mit mehr Ruhe dann auch ein bisschen die Räume bespielt haben. Und ja, also ich bin gespannt. Also ich denke, das wird von den 3-3 gefühlt der schwierigste Test. Zweite Halbzeit begrüßen wir dann Ransford-Königsdörfer hier am Mikrofon und versuche auch für die letzten Minuten den neuen, den Neuzugang. Brandon Borrello nochmal für ein kurzes Gespräch hier ans Mikrofon zu bekommen. Den Australier. Man drückt ja in große Fußstapfen, wenn ich an Joshua Kennedy denke, den wir ja auch schon mal hier bei Dynamo haben. Und Marc Schwarzer. Und Marc Schwarzer. Ja, natürlich, Marc Schwarzer. Warum habt ihr euch für Borello entschieden? Also erst mal hat der Brandon... Jetzt gucken wir erst mal den Angriff. Ich musste mir jetzt kurz Luft anhalten und um die Ecke schauen. Also erst mal haben wir für Brandon entschieden, weil er genau das Profil wiedergibt, was wir gesucht haben. Also einen offensiv starken, laufstarken, intensiven Spieler, der über Intensität kommen kann, der über Wille kommen kann und natürlich auch wieder mal mehrere Positionen begleiten kann in der Offensive als Zehner oder eben auch im offensiven Flügel oder eben auch im Zweiersturm, wie wir es zum Beispiel heute haben. Zweitens ein Spieler, der eben auch gezeigt hat, dass er auf die Sache richtig Bock hat. Und drittens, das ist immer so ein Ding bei uns, wir verpflichten halt wirklich extrem gern Spieler, die wir schon eine Weile kennen. Erste Schussmöglichkeit. Und beim Brandon war es halt so, dass wir den schon, ehrlich gesagt, vor drei Jahren nach dem Abstieg von Karlslautern holen wollten, wo er sich dann für Freiburg entschieden hatte. Erste Schussmöglichkeit. Ja, jetzt kam es so. Und geiler Typ, finde ich persönlich. Nicht nur auf dem Platz. Also dieser erste Distanzschuss war schon mal ein erstes Zeichen, würde ich sagen. Auf jeden Fall die erste Offensivaktion von Dynamo. Also fünf Minuten sind gespielt. Ihr seht es oben, SGD gegen TSV. Ja, das ist jetzt nicht die handelsübliche Abkürzung für die, die uns aus Braunschweig zuschauen. Sorry, aber so ein bisschen TSV steckt ja auch drin im Namen. Also SGD gegen Eintracht Braunschweig noch 0 zu 0. Ja, auch genannt der BTSV. Richtig. Sehr gut. Gibt eine halbe Biene, Herr Walter. Wir ergänzen uns schon wieder Wahnsinn, wirklich. Hosiner fehlt in der Aufstellung. Ich zuck momentan immer ein bisschen zusammen und hab immer hoffentlich nichts Ernstes, oder? Nee, ehrlich gesagt, Luca auch. Stor, ja. Ja, aufgrund der, muss man sagen, Ereignisse jetzt, die uns da wirklich ein bisschen umgehauen haben mit den Verletzungen von Ele, Mai, Diavusi oder auch Patrick Weyroch, ist natürlich jetzt höchste Vorsicht geboten. Und bei beiden sind dann die Werte auch ein bisschen erhöht und dann zwickt es vielleicht mal hier ein bisschen und dann sagt man, okay, dann nimmt man die erst mal raus und die machen ein lockeres Training dann und morgen nochmal ein lockeres Laufen halt leicht und steigen dann wieder ein, so dass man da jetzt, ja, einfach die Intensität, die auch gefahren wird, dann immer mal wieder anpasst. Ursachenforschung läuft, warum eben viel gesagt, das ist ja schon kurios, sag ich mal, oder skurril, dass eben viermal so ein Muskelfaserriss in so einem kurzen Zeitabstand auftritt. Habt ihr schon eine Erkenntnis? Also Alexander Schmidt hat ja, als ihr hier angekommen seid, gesagt, er kann sich selbst nicht erklären. Ja, also klar, wir analysieren das total. Da gibt es hier und da auch Erklärungen zur Suche und Erkenntnisse, die man sieht. Am Ende ist es immer ein Zusammenspiel von mehreren Komponenten, die dann aufeinandertreffen und vielleicht auch irgendwo ein Tick, Tick Unglück oder Zufall, dass das halt dann so passiert. Jetzt kommen wir eine gute Chance. Also da sind ein paar Komponenten aufeinander getroffen, wo das dann dazu geführt hat, und auch die Intensität, die wir dann doch in den beiden Spielen gefallen sind. Und dann, ja, also es ist einfach eine Scheißgeschichte dann. Ach, das kann man auch mal sagen, das Wort in dem Zusammenhang. Tut mir leid. Ja, alles gut. Also wie gesagt, wenn man geplant hat, mit 30 Spielern hier anzureisen und dann wird die Gruppe so klein, also sind es 22, dann, ja, denke ich mal, ist das jetzt nicht das beste Gefühl. Jetzt gucken wir uns mal den Standard an, nach acht Minuten, den Ad-Ball, den es von der linken Seite geben wird. Auch ordentlich gemacht. Platschig auch mal. Ja, kannst du, kannst du. Ja, Akoto fast noch mit dran. Michael Akoto, wer es noch nicht gesehen hat, lohnt sich auf jeden Fall. Gibt ein gutes Interview bei Dynamo TV auf dem YouTube-Kanal von Dynamo. Vielleicht für die Halbzeit mal einfach reinklicken. Da stellt er sich vor, sehr, sehr guter Junge. Definitiv. Guter Junge mit Potenzialen, das ist immer das Schöne, dass wir versuchen auch immer, klar, das kann auch manchmal schief gehen und man kann es immer verschätzen, aber grundsätzlich wollen wir immer Spieler holen, die nicht so satt sind und die natürlich noch Entwicklungspotenzial sind. Und das ist bei ihm so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine retardierte Karriere. Also der ist schon, also schauen wir mal. Ich mag ihn sehr. Aber nach dem Eckball von Eintracht Braunschweig würde ich kurz den Zeigefinger und meine leichten Bedenken dir gleich preisgeben. Ich glaube, ich habe die nicht exklusiv. Schauen wir mal auf den Eckball von Eintracht Braunschweig. Den klärt. Für diese brutale zweite Liga, Christian, brauchst du da nicht nur trotzdem noch den einen oder anderen, in Anführungszeichen, abgewichsten, erfahrenen Spieler, der die zweite Liga, diese zweite Liga auch kennt? Also ich sage mal, letztes Jahr habt ihr zum Beispiel so einen erfahrenen Spieler mit Yannick Stark geholt. Der wusste, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Also jetzt hast du Yannick gerade angesprochen, also der weiß es ja immer noch. Definitiv. Der hat ja schon genügend Zweitligaspiele gemacht. Ich glaube, Tim Knipping hat auch schon sehr viele Zweitligaspiele gemacht. Ja, also die Frage ist total berechtigt. Die stellen wir uns auch. Am Ende ist es so, wir legen dann auch die Profile gegenüber. Und was wir vor allem wollen, und wir werden sicher noch den einen oder anderen Erfahrenen verpflichten, aber was wir vor allem wollen, sind junge, oder nicht nur junge, sondern Spieler, die eigentlich das Herz in die Hand nehmen und Bock haben auf Dynamo. Und Bock haben auf Dynamo in der zweiten Liga, die eine gewisse Grundqualität haben und die einfach hierher kommen, weil sie sagen, ich will mich hier total weiterentwickeln und ich habe Bock, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich will jetzt nicht von satten Profis sprechen, aber so ein bisschen das Gegenteil. Und dem gegenüber steht natürlich immer, dem gegenüber steht natürlich immer, natürlich die Frage, abgewichste Profis, wie reagieren die auf Schalke, jemand, der da ein bisschen Überblick und Ruhe bewahrt, das stimmt. Aber auf der anderen Seite wollen wir halt unbedingt Jungs, die einfach, wie ich es gerade sagte, den Schritt gehen. Und wer gibt einem schon die Gewissheit, dass der Profi, der vielleicht sonst immer gut war in der zweiten Liga, dann immer noch jetzt hier, weil die haben es schon oft erlebt, dass wir auch in Dresden jetzt die letzten Jahre Spieler geholt haben, die vielleicht den großen Namen und diesen Kracher, den immer alle wollten, dargestellt haben und dann am Ende aber eigentlich gar nicht so richtig in die Philosophie gepasst haben. Und also wir wollen vor allem überzeugt sein am Ende. Und das kann gut gehen, das kann natürlich auch schief gehen. Die Gewissheit hat man nie. Aber wir wollen irgendwie in den Spiegel gucken bei allen. Und das fühlt sich jetzt bei den jetzigen Jungs gut an. Und bei denen, die noch kommen, wird sich das sicherlich auch gut anfühlen. Dann werden wir mal schauen. Aber natürlich werden es jetzt nicht noch drei 19-Jährige werden. Ja, wie gesagt, ich sage dir ja, also viele Spieler, die ihr jetzt bislang geholt habt, haben so eine Fantasie, wo man sich vorstellen kann, die können in der zweiten Liga auch explodieren. Also da gibt es den von dir gerade schon angesprochener Kote, auch den Moritz Schröter, den Luca Herrmann. Also da gibt es wirklich, die können wir alle durchgehen. Die haben großes Potenzial. Und wecken natürlich eine gewisse Neugier. Wichtig ist die Gemeinschaft auch. Das haben wir letztes Jahr auch gemerkt. Ein großer Fund. Egal ob wir gut oder schlechte Spiele gemacht haben. Wir haben auch, muss man ehrlich sagen, wir haben auch mal schlechte Spiele letztes Jahr gehabt, wo nicht alles rund lief. Aber wichtig war immer die Gemeinschaft und das Kritische auseinandersetzen im Team und geschlossen dann den Weg zu gehen. Braunschweig ist hier auf der linken Seite jetzt komplett frei. Das haben sie aber nicht gesehen. Und so kann Dinamo jetzt den Konter ansetzen. Über unseren Südkoreaner, jungen Minseo. Der dort auf der rechten Seite langläuft. Nicht viel gefehlt bei Christoph Dafana. Dafana hat ja an den ersten Testspielen auch schon eine gewisse Frühform gezeigt, sage ich mal. Ja, Dafi ist halt Mentalitätsspieler. Es ist halt ein Phänomen, wirklich. Also der hat den besten Laktatwert. Der ist einfach eine absolute Maschine. Er tut auch viel dafür, muss man sagen. Er ist sehr, sehr fokussiert auf seine Karriere. Und manchmal würde ihm vielleicht der Funken Lockerheit noch besser tun. Aber am Ende ist es wahrscheinlich genauso richtig, wie er es macht. Weil er dadurch sich immer weiterentwickelt. Und er belohnt sich halt mit seiner Arbeit dann am Ende immer selber. Und also auch er, wirklich guter Junge. Braunschweig lässt mal ein bisschen das Bällchen laufen. Auch da gab es ja den Trainerwechsel im Sommer. Michael Schiele, der einst in Würzburg aufgestiegen ist, dann nach Sandhausen gegangen ist oder in Sandhausen tätig war. Aber nur kurz. Ist jetzt bei Eintracht Braunschweig. Und, Co-Trainer? Matthias Lust. Schon den sympathischen Matze lachen sehen wollen. Aber er hat ein bisschen gelächelt und hat gesagt, es war eine ganz schöne Weltreise, die er letztes Jahr hingelegt hat. Würzburg, Sandhausen und jetzt wie gesagt Braunschweig. Er hat das ein dufte Typ. Der hat auch immer unsere 19 gute Arbeit geleistet. Da war er dann auch immer so ein zweiter Co-Trainer beim Uwe Neuhaus dabei. Und für ihn ist das, glaube ich, auch wichtig, dann irgendwann gewesen, so einen neuen Schritt zu gehen. Also, und das ist echt ein guter Mensch. Und er will jetzt endlich auch mal ankommen. Genau. Braunschweig hat sich schon zwei Jahresplan vorgenommen. Das soll ja in sein bei Mannschaften, die aus der zweiten Liga in die dritte Liga absteigen und dann sagen, okay, wir versuchen es in zwei Jahren. Bei dem einen oder anderen Team klappt das dann schon innerhalb eines Jahres. Kann passieren. Ja, ich glaube, alles andere bei der dritten Liga, wenn man da auch sieht, was die Mannschaften da machen und diese Umgewöhnung auch und gleichzeitig nicht die Perspektive verlieren, ist so ein direkter Wiederaufstieg. Egal, was man da reinpumpt. Siehe auch Kaiserslautern letztes Jahr. Ja, gut, die waren dann schon unten. Aber, also, das ist nie gegeben. Dafür ist die Liga einfach zu stark. Und, ja, ich bin gespannt. Ich finde die Truppe schon gut. Aber wenn ich das so beobachte, was die Mannschaften da so aufladen aktuell, auch Türkei München mit 14,9 und das sind alles, muss ich sagen, gar nicht so schlechte Spieler. Das wird, es wird eine Hauen und Stechen auf jeden Fall. Scheint das Portemonnaie in München doch wieder ganz gut gepflegt sein. Das ist auf einmal wieder offen, ja. Der Investor hat offenbar wieder die Liebe wieder zurückgefunden. Ja, Wahnsinn, ne. Naja. Einfach mal abziehen. Genau! Beste Aktion bis jetzt. Willst du ein paar Worte zu diesem Distanzschuss sagen? Ja, beste Aktion bis jetzt. Gut gesagt. Ich fand, ich wollte es so stehen lassen. Nein, also Daffy gut sich durchgesetzt, also beziehungsweise in den Körper reingestellt, dann einen Ball gekriegt und dann halt eben auch jetzt nicht 18 Meter, oder wie viel werden es gewesen sein, vor dem Tor jetzt nicht noch versucht, den Steckball zu spielen, sondern direkt einen Zug zum Tor. Und er hat einen guten Abschluss eigentlich. Das hat sich damals schon angedeutet, dass er gegen HSV dann das Ding da unten reinsammelt, schon zu Beginn der Saison und immer mal wieder. Und ich finde, ja, war genau die richtige Wahl, den da jetzt abzuziehen. Das darf man doch durchaus mal machen, auch so ein Distanzschuss. So, nächster möglich. Absolut. So, weil einige... Oh, Dimension mit dem Ballverlust, da kann es jetzt schnell geben von Eintracht Braunschweig. Der Abschluss ist dann ungefährlich. Aber es ist gut für den Jungen. Also schlimmer Ballverlust, kleine Ansagen von den erfahrenen Broll, Janne gekriegt, und das ist genau das, wo er wachsen muss. Dann kann aus dem Jungen mittel- oder langfristig wirklich ein guter Spieler werden. Aber diese Sachen muss er lernen. Da ist er in so einem geschlossenen Feld und mit wenig Absicherung dann den Ball zu verlieren, das kann dann echt... Also in der zweiten Liga würde das verständlich sein. Das ist nahezu tödlich. Hier hat der Neuzugang aus Bäm in Rhein-Geneintracht-Mannschweig die Chance dann vergeben. Musste Kevin Proll nicht mal eingreifen. Beste äußere Bedingungen. Ihr seht das auch. Also wirklich... 24 Grad würde ich schätzen. Sonne lacht. Gutes Fußballwetter. Nicht zu heiß. Ne, ist genau richtig noch. Platz ist gut. Ich will jetzt hier im Zweikampf. Ne, ich wusste. Keine schlechte Chance, muss man sagen. Da haben wir ein bisschen zu spät rüber. Michael hat diese Tiefe ein bisschen zugelassen. Und dann haben wir den Rückraum so ein bisschen vernachlässigt. Also eigentlich eine bessere Chance als am Ende Ausnahme. Ja, den hat er aber nicht richtig erwischt, also den Ball. Und deshalb geht er dann noch relativ glatt am Tor vorbei. Auf Wiedersehen. Moritz Schröter auf seiner rechten Seite. Jetzt wieder Young-Han-Seo. Schön durchgesetzt. Daferner. Aber schon abgepfiffen. Situation in der 20. Minute. Ihr seid dabei bei Dynamo TV beim dritten Testspiel in der Saisonvorbereitung der SGD. Es geht gegen Eintracht Braunschweig. Wir haben da vorhin schon als Backer gehört. Er hat gesagt, es hat viel für Heiligenstadt gesprochen, wieder hierher zu gehen. Ja, also ich glaube, die... Ich will jetzt kein Mist erzählen, aber die letzten Male, die wir hier waren, die waren dann total erfolgreich. Ihr seid immer aufgestiegen. Also ich wollte es dir jetzt eigentlich... Also wenn das... Das war jetzt aber ein bisschen vermessen, das jetzt irgendwie hoffentlich keinen falschen Ausblick zu geben. Also wir würden es natürlich gerne mitnehmen, aber grundsätzlich wollte ich damit eigentlich sagen... Aber es ist jetzt nicht unbedingt das primäre Saisonziel, oder? Ach, naja, es ist sehr vermessen. Vermessen, ja. Ich wollte es nur sagen, dass die Bedingungen immer sehr, sehr gut waren. Sowohl das Hotel als auch das Essen, die Ruhe, dann die Nähe hier zum Platz. Der Platz ist gut. Man kann sich hier konzentrieren. Es ist vor allem nicht weit weg. Man ist hier in zweieinhalb Stunden da, je nachdem, wie schnell man fährt. Wollte ich gerade sagen. Bei mir war es der eine oder andere ist halt da in Dreiter. In der Absatzposition, ja. Und ich sag mal, Baustellen rund um Dresden auf der A4 fordern auch noch ein bisschen Geduld. Ja, wie gesagt, die Komponenten... Weil wenn man nach Österreich fährt, ist am meisten ein Tag Anreise, ein Tag Abreise weg. Das sind wieder zwei bei so einer kurzen Vorbereitung jetzt mit der kurzen Sommerpause. Nein, das hat dann wieder mal dafür gesprochen. So, hier haben wir die Dynamo-Fans. Der ein oder andere kann seinen Oberkörper präsentieren, bei dem einen oder anderen. Da ich dann doch morgen nochmal eine Runde joggen gehe. Der ein oder andere ist optimistisch. Sehr gut, Moritz. Moritz Schröter. Und bevor Dynamo Dresden diese Ecke ausführt, noch ein Hinweis. Liebe Fußballfans, haltet euch an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Ich weiß, es ist nirgendwo, wir müssen, wir wollen darauf hinweisen, damit alle diese Spiele von Dynamo Dresden gegen einfach Braunschweig bei bester Gesundheit erleben und die Gesundheit auch hinterher erhalten bleibt. Also haltet euch an die Regeln, an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Und nochmal... Eckball für Dynamo, da greift Braunschweig's Keeper jetzt erstmal daneben. Und an der Linie assistiert ihn heute. Ja, neben Bangso, der an Viktoria Berlin zuletzt ausgeliehen war. So, jetzt gibt's die Trinkpause hier. Nach genau der Hälfte der ersten Halbzeit. Also 0 zu 0 steht's noch. Das ist ein guter Einschub vom Schiedsrichter hier zu sagen, okay, alle gehen mal kühles Wasser fassen. Die Norma hat ja heute nicht nur die Verpflichtung von Brenton Borrello bekannt gegeben, sondern auch die Mitteilung bekannt gegeben, dass das eben ein Fehler gewesen ist mit der blauen Freizeitkleidung. Bei diesem herrlichen Wetter, bei diesem Sonnenschein, ein schönes Bier an unserem Bierwagen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass man den Fehler zugibt. Herr Konfizius schon gesagt, wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, beginnt einen zweiten. Also, wie gesagt, man hat diesen Fehler korrigiert. Ich glaube, das ist im Sinne der meisten Fans, dass man jetzt nicht mehr auf diese blaue Freizeitkleidung zurückgreift. Und dann wahrscheinlich die Farbe blau in Sachen Dynamo nur doch dann in Verbindung bringt, wenn man vielleicht von einem Auswärtssieg aus Rostock heimkehrt nach einem 3 zu 1 und dann drei, vier Bierchen zu viel getrunken hat. Also ich glaube, dieses Thema blau können wir damit dann auch endgültig abhaken. Die Farben der SGD wären schwarz und gelb sein oder eben heute die weißen Auswärtsdrikore. Aber es wird ja auch bald das Heimtrikot zur neuen Saison dann geben und auch das jeweilige Auswärtsdrikot. So, jetzt freue ich mich, dass Christian wieder zurück ist. Christian hat einen Dynamo-Spieler hier rein. Bist du hier jetzt auch noch Platzwart oder Einlassdienst? Also Panagiotis Flachadimos ist auch gekommen und guckt auch zu und konnte wohl nicht reinkommen. Der kommt ja, der hat jetzt ein bisschen eine Magen-Darm-Verstimmung und hat jetzt seine Blutweite gekriegt und kann ab morgen wieder mittrainieren. Deswegen ist er jetzt nachgekommen. Das habt ihr jetzt hier exklusiv gehört, also wie gesagt. Ja, jetzt hab ich wieder irgendein Zeug erzählt. Nein, keine Ahnung. Wie du siehst, ist das Spiel anscheinend heute so faszinierend, dass alle nicht ans Telefon gehen. Und ich derjenige, der hier bei dir kommentieren darf, nach dreimal anrufen, dann in den Tag rangeht. Ja. Du hast nichts verpasst, wir hatten die Trinkpause und es steht weiterhin 0 zu 0. Ja. So, Yannick Stark. Mörschel. Gut von SEO gemacht, ja. Sucht er den Kontakt, lässt sich fallen, das ist dann gut. Geht bislang relativ viel über die rechte Seite. Doch, Schrödi, der schiebt er an wie ein Verrückter. So, sind wir mal auf den Standard gespannt. Kai Herrmann hat sich da den Ball bereitgelegt. Paul Will guckt sich das Ganze an. Boah! Nächste, gute Möglichkeit. 27. Minute. Aber ich würde schon sagen, trotzdem ein Chancenplus für Dynamo. Ja. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ja, Youngman SEO und da kann Braunschweig noch vor der Linie klären. Ja, leichte Chancenplus muss man sagen. Ich würde sagen, das Spiel auf dem Feld ist es eher ausgeglichen so. Ja. Von auch Ballbesitz, Zweikämpfer und so, das fühlt sich sehr ausgeglichen an. Aber am Ende haben wir bisher die bisschen besseren Chancen. Ja. Im Hintergrund sehen wir die Jungs alle zur Panagiotis Plachotimus gehen und alle umarmen ihn und freuen sich, dass er jetzt zwei Tage später dazustößt. Ist es nie herrlich. Ja. Sie haben ihn offenbar sehr vermisst. Der Paner, der hatte auch einen Leidensweg letztes Jahr. Ja. Konzentration jetzt hier auf den Eckball. Der kommt nämlich nochmal scharf nach der Linie und wird dann fast um einer noch richtig gefährlich. Michael Schulz, der Kapitän heute, der Innenverteidiger von Eintracht Braunschweig. Das braucht es eben nicht. Aber ich glaube, das geht weiter. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einen großen Dank an alle Sponsoren und Förderer von Dynamo Dresden und auch von Eintracht Braunschweig und auch von unserer Mannschaft, die aus Heiligenstadt aussprechen. Und im Besonderen auch an die Stadt Heiligenstadt, die dieses Spiel, dieses Freundschaftsspiel zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig möglich gemacht hat. Stellvertretend natürlich auch an den Bürgermeister Thomas Spielmann, der auch heute hier im Stadion ist und dieses Spiel erlebt und genießt. Es ist also ein herzliches Dankeschön an alle der Stadt Heiligenstadt, an den ersten SC 1911 Heiligenstadt und auch an alle Sponsoren und Förderer, die dies möglich gemacht haben und hoffentlich auch in Zukunft weiter möglich machen. Auch an den Vidalpark, wo Dynamo Dresden dieses Trainingslager verbringt und untergebracht ist. Ein herzliches Dankeschön. Eintracht Braunschweig ist übrigens direkt aus dem Vormittagstraining hier heute angereist. Wir werden auch kein Sommertrainingslager machen. Braunschweig 150 Kilometer entfernt, das wurde Matthias Lüster noch gesagt. Deshalb kamen sie auch als Testgegner entsprechend in Frage. Ja, die Suche, falls diejenigen Leute das interessiert, also die Suche nach Testspielgegnern geschaltet sich natürlich, weil wir vorhin das Thema Trainingslager haben. Wenn du hier bist, ein bisschen schwieriger, weil die meisten Mannschaften sind entweder in Österreich oder dann ist das Ballungsgebiet hier auch nicht so groß und mal einfach so 150 Kilometer herfahren oder mehr. Das macht dann auch nicht jeder und dadurch ist es gar nicht immer so einfach, dann diesen Testspielgegner, der passt, auch zu finden. Dazu kommt noch Corona, wo man sagt, man kann jetzt nicht unbedingt immer gegen alle testen, weil man ja immer auch diese bestimmten Hygienebedingungen noch bedenken muss und so weiter und so fort. Und dadurch kommen dann halt auch immer mal Testspiele zustande mit Gegnern, die man schon mal hatte, weil es sind ja ähnliche Gegner, wie wir sie jetzt im letzten Jahr hatten mit Union oder so. Oder dann auch die Frage, vielleicht, viele Fans fragen, Generalprobe nicht zu Hause und so. Das ist natürlich immer, irgendwann will man halt planen und dann sagt man vielleicht eher was zu, weil wir bis heute noch kein verlässliches Konzept oder keine verlässliche Aussage haben, was jetzt mit Zuschauern ist. Früher war es halt einfach mal eine Truppe aus England auch rüberzuholen und zu sagen, okay wir testen die mal, aber du kannst ja aus einem Delta-Gebiet jetzt keine Mannschaft rüberholen. Das geht ja momentan gar nicht. Nummer eins. Das ist alles riskant und schwierig. Und dann lassen sich natürlich gerade so größere Vereine, die man sich ja auch schon alle da hatten, das gerne mal auch mal ein bisschen bezahlen und wenn man dann keine Zuschauer hat, wo man sagt, okay, wenn die Zuschauer einhaben, dann teilen wir die und die Flugkosten werden dann dadurch finanziert. Ja, das macht das halt alles ein bisschen schwieriger. Das trifft ja viele Vereine. Ja, genau. Es macht es nicht einfach, da die Saisonvorbereitung zu planen. Wie gesagt, wir hoffen alle, dass wir zumindest ein etwas Normalität in die Saison 2021-2022 reinbekommen. Oh, Schröder. Ich finde, da steckt den Ball durch auf Mörschel. Wir müssen hier immer auf der Seite immer ein bisschen um die Ecke gucken. Ja, wir haben hier erschwerter Bedingungen. Ja. Aber du bist ja so ein guter Moderator-Reporter, der kommt einfach mit Wind, Wetter, mit jeglichem Sichtschutz, kommst du klar? Also gucken wir jetzt mal um die Ecke, was Moris da macht. Der holt auf jeden Fall den Einwurf raus. Ja, okay. Und Michael Akoto, weil er gerade auch im Ballbesitz war, hat auch gesagt, dass er Michael ausgesprochen werden will und wird. Und das, glaube ich, für uns, die wir es mit dem Sprechen eher haben, dann auch nicht ganz unwichtig ist. Ja, das fühlt sich bei, ich sag mal, im Deutschkern-Nahe, der Akoto, Michael Akoto, das würde eh komisch klingen, finde ich. Das geht phonetisch nicht so von der Hand irgendwie, von der Zunge, sozusagen. Das hat ja Modica gut zugeredet bei diesem Transfer, das erzählt er auch im Interview. Also, die waren ja sehr gut befreundet bei der U23 des FSV Mainz. Also ja, beidseitig sogar. Also sowohl zu Michael als auch zu uns. Ich habe den Michael jetzt, klar, man kannte ihn so ein bisschen aus Wiesbaden, aber da muss ich ehrlich sagen, da ist er dann noch nicht so auf dem Schirm gewesen, weil er sich wirklich jetzt erst im letzten Jahr so richtig gut entwickelt hat. Und dann dieses Jahr ist uns mehrmals aufgefallen, mehrmals auch auf verschiedenen Positionen, mit einer guten Athletik, mit einem guten Zweikampfspiel. Das macht er gut. Wie hier zum Beispiel und immer wieder auch Fokus und natürlich, wie gesagt, das besagte Entwicklungspotenzial jedenfalls. Und als ich dann mit dem Juli mal darüber gesprochen habe und ihn gefragt habe, da hat er dann sich sehr, sehr starker für Michael gemacht und hat seine, im wahrsten Sinne des Wortes Hand ins Feuer gelegt und eben auch andersrum. Also klar, der Juliana hatte ja auch eine schöne Zeit hier in Dresden und hat das dann Michael natürlich auch erzählt. Janik stark sieht hier die gelbe Karte. Ja, Janik war es. Der heute die Kapitänsbinde trägt. Wie gesagt, wir versuchen in der Halbzeitpause dann den etatmäßigen Kapitän der SGD ranzubekommen. V-Spiel an Ibermai. Wie stellt sich denn, du kennst den Transfermarkt, wie stellt sich denn der im Sommer 2021 dar? Es ist noch nicht der ganz große Knall, oder? Also so viele Dominionsteine sind noch nicht gefallen. Ja, also, ja, da gibt es ja so verschiedene Philosophien. Also jetzt, es gibt Vereine in der Zwundenliga, die sammeln, in Anführungsstrichen, sammeln jetzt schon sehr ein. Okay. Das kann man beobachten. Die wollen so schnell wie möglich irgendwie Erfahrung und gestandene Profile irgendwie in den Kader kriegen. Dann gibt es die, die ein bisschen warten, wo noch nicht so viel passiert ist. Also in Ingolstadt ist jetzt noch nicht so viel passiert. Wir haben jetzt auch noch nicht so super viel gemacht. Wir werden jetzt auch nicht so super viel machen, aber natürlich werden wir dann bei den absoluten Überzeugungstaten, die eben diese besagten Erfahrungen oder Qualitäten, über die wir vorhin gesprochen haben, noch bringen, da werden wir uns immer vorbereitet. Aber das stellt sich also nicht so einfach dar, weil, wie gesagt, die Dominionsteine noch nicht so fallen. Und ja, also, es gibt halt, man merkt halt, dass ein, zwei Positionen sehr umkämpft sind und der Markt auf den Positionen deutlich schwieriger ist, als es bisher war. Weil sich dann alle auf diese Positionen zurzeit stürzen. Das ist, das merkt man zum Beispiel. Außenbahn? Zum Beispiel die linke Außenbahn, ja. Ja, da habt ihr ja auch irgendwie noch ein bisschen Bedarf, oder? Ja, und das ist ein harter Kampf, muss man sagen. Wenn man sagen will, man will dort auch einen gewissen Mehrwert generieren. Timo Rodka ist übrigens hier da. Ja, den habe ich vorhin schon geherzt. Ähnliche Positionen wie du jetzt beim Halleschen FC. Genau. Ja, schön. Ich glaube, der Timo hat ja letztes Jahr bei mir im Scouting gearbeitet. Und jetzt hat er vom Ralf, glaube ich, die Chance gekriegt, dann sich da in der Position irgendwie zu behaupten. Und mit dem Ralf hat er, glaube ich, auch einen sehr guten Förderer, Ralf Menge, da in Halle, der ihn da total unterstützt und ihn schon lange kennt und vertraut. Und wo der Timo sich da mit jemand, ja, mit jemandem Starken auch so entwickeln kann. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Gut für ihn. So, hier braucht es dann doch eine Behandlungspause. Es sah erst gar nicht so schlimm aus. Was am Rücken. Also braucht es, um nochmal zum Transfermarkt zurückzukommen, vor allem auch ein bisschen Geduld, lange Atem bei den wichtigen? Das muss man sagen. Also es braucht ein bisschen, erstmal Überzeugung auf jeden Fall. Wir wollen jetzt wirklich nicht irgendwas machen, muss man ehrlich sagen. Nur, dass wir die Position geschlossen sind. Also erstmal ist die Grundlage die Überzeugung. Und bei den überzeugenden Kandidaten, die wir bisher hatten, ist der Markt halt sehr schwer. Also das sind dann halt Kaliber, wo Nino und Dynamo Dresden da die erste Adresse ist. Da fischen mehr mit in dem Tag. Da fischen einfach mehr mit. Und da kann man schon ein paar Absagen. Ja, und dadurch, wie du sagst, langer Atem. Jetzt mal eine gute Chance von Schulz. Schulz, ja, vom langen Innenverteidiger. Verteidigung dort hinten mit Nikolau und Schulz. Erkennst du Trends bei der aktuell laufenden Fußball-EM, die sich auf den Fußball auch niederschlagen werden? Ich finde ja, der Video Assistant kommt dort besser zum Einsatz als zuletzt in der Bundesliga oder in der 2. Liga. Klarer, finde ich. Klarer und weniger. Also der Schiedsrichter in der Entscheidung hat wieder mehr Gewicht. Ja. Und was das Spiel betrifft, siehst du da Dinge, wo du sagst, langer Atem? Ich habe das Gefühl, dass, wenn man jetzt mal den Video Assistant oder allgemein die Schiedsrichter nimmt, dass ein bisschen mehr laufen gelassen wird, dass sie zu kleinlich gehandelt wird und gleichzeitig rummosern, fallen lassen und so schneller geahndet wird. Das gefällt mir, dass das Spiel in mehreren in den Fluss kommt. Zweitens, wenn man jetzt mal taktischer Ebene sieht, siehst du, dass die Mannschaften, die mit viel Leidenschaft im Tempo spielen und mit einem klaren Plan an der Hand, dass die deutlich erfolgreicher sind als... Ich habe gestern Abend zum Beispiel gesehen, oder? Also die Mannschaft, die wirklich ein Herz hat, die auch wirklich eine gewisse Leidenschaft ausstrahlt und auch einen Plan hat. Also das ist für mich von Anfang an... Ich hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, die Italiener, weil wenn man das so bedeckt, aber natürlich sagt man in erster Linie Frankreich und so weiter. Aber spätestens als das Spiel gegen die Türkei da war, wo man gedacht hat, die Italiener spielen halt gefühlt wie in einem Guss. Das ist wie eine Symphonie so ein bisschen. Da ist vieles abgestimmt in allen Spielphasen, also Spiel mit Ball, Gegenball, Umschaltmomente. Und das macht total Spaß und die wirken auch... Die wirken auch unglaublich fit, finde ich persönlich. Bo Schroeder mit der nächsten Flanke. Diesmal ist der Keeper von Andracht-Barnschweig, Janik Wangso ganz sicher draußen. Du siehst auf jeden Fall, dass in der EM aktuell, dass der Fußball, sobald er komplex ist, und das ist bei Italien der Fall, dass das sehr erfolgreich sein kann. Also wo wir nicht nur von Umschalt, schnellem Umschaltspiel reden, sondern von auch gutem Ballbesitzspiel, gutem Positionsspiel und trotzdem schnellem Aktionsspiel in die Tiefe. Und wenn man die Italiener sieht, die spielen ja ganz wenig breit, sondern die versuchen immer wieder in ein Passfenster zu kommen, die spielen immer wieder vertikal, das sieht total geil aus. Gestern, das war schon ein Hammerspiel, also das hat selbst meiner Freundin gefallen. Und das will offenbar was heißen. Ja, verrückt. Nein, das konnte man sich gut angucken. Wie ist es schwer, sind denn die Füße nach den ersten Trainingseinheiten hier in Heiligenstadt? Ich weiß es ehrlich gar nicht, ich bin ja heute erst gekommen mit dem Brandon, der Ralf und der Brandon und ich sind heute früh losgefahren. Deswegen habe ich jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, die Unterschriften und dann die Fotos und alles gemacht und Vorstellungen vor der Mannschaft. Die Jungs wirken ganz entspannt, ich glaube aber so wie ich den Alex auch kenne, die Trainingseinheiten sind natürlich schon intensiv. Und ich glaube, ja, die werden schwere Füße haben. Jetzt vielleicht nicht die schwersten, aber die werden es merken, aber das gehört zu so einer Vorbereitung dazu. Kannst du noch ein bisschen was sagen? Also ich gehe mal davon aus, dass alle die, die auf der Ersatzbank sitzen, dann auch hier noch zum Einsatz kommen? Ja. Mehr oder weniger? Eigentlich schon. So, jetzt gucken wir hier auf Heinz Mörschel. Verliert dann aber den Ball. Und kannst du noch ein bisschen was zum Probespieler sagen, den er da im Kader hat? Der Meiser Diob. Naja, wir gucken ja immer so ein bisschen links und rechts und manchmal versuchen wir auch so Projekte zu starten. Ich will jetzt nicht sagen, dass SEO auch ein Projekt ist, aber er ist ja da auch mit 19 Spielern und da haben wir ja auch eine Probeprämie hergeholt. Und gerade bei den 2002-Jahren war das jetzt natürlich ein Scheißjahr für die... Chris Löwe kommt jetzt schon rein. Für Michael Akota. Ja. Der ist dann offenbar angeschlagen. Oder eben das, was du vorhin gesagt hast, dass man auch da kein Risiko eingehen will. Ich glaube, da war vorhin dieser Zweikampf. Ich weiß nicht, was jetzt ist. Schauen wir mal. Genau, zurück zum Meiser. Also dann gucken wir immer mal links und rechts, um auch so Projekte vielleicht mal zu probieren. Und jetzt gerade im Probetraining, gerade wenn diese letzte Saison oder die letzten zwei Saisons für diese Jahrgänge ganz schwer war, sich zu zeigen. Das trifft jetzt für ihn weniger zu, aber auch so haben wir gesagt, wir probieren das jetzt gerade immer mal in der Vorbereitung. Und den Meiser, den wollten wir schon zum Ende der oder Mitte der Rückrunde mal nach Dresden einladen, dass er sich einfach nochmal präsentiert. Das ist ein 2-3er, ein sehr, sehr schneller Spieler, ein sehr, sehr graziler Spieler, hat ein bisschen was gazellenhaftes Technik, trotzdem gut ausgebildet und hat auch ein gewisses gutes Spielverständnis. Was jetzt noch gar nicht so afrikanisch wild ist, sondern schon irgendwie ein bisschen entwickelt er schon, muss man ehrlich sagen. Die haben ja alle immer richtig geile Anlagen, aber bei ihm wirkt das schon alle ein bisschen runder. Und da haben wir aufgrund der Videos, die wir da nur sichten konnten, dann entschieden, okay, dann laden wir einfach mal ein. Das hat dann aufgrund auch von der steigenden Inzidenzzahl dann eben nie geklappt und Corona. Und jetzt war es halt so, dass er dann doch jetzt im Winter, im Sommer kommen konnte und dann haben wir gesagt, okay, lassen wir uns mal mitlaufen, drei Tage. Aus den drei Tagen ist es dann ein bisschen länger geworden, jetzt haben wir gesagt, es ist immer noch mit ins Tredis Lager. Und dann können wir uns ein allumfassendes Bild machen. Aber junger, noch viele Potenziale und einen weiten Weg hat er noch, aber irgendwie ein interessanter Junge. Mal schauen, wo es sein Weg mal hin verschlagen wird, entweder bei uns oder woanders. Also jetzt noch alles Ergebnisoffen, würde ich mal sagen. Total offen, ja. Da höre ich da raus. Kann aber natürlich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen Werbung in der eigenen Sache machen, wenn er reinkommt. Ganz genau. Ja, der Spielerwechsel schmeckt uns jetzt natürlich nicht so richtig, gerade in Anbetracht der Situation der personellen. Jetzt kommt der Eintracht Bautschweig, rutscht uns, aber Luke Iost aus. Jetzt ziehen wir an. Keine gute Aktion da von Dynamos Neuzugang, Luca Herrmann. Wird die nächste gelbe Karte geben, oder? Obwohl er den Ball wegschlagen wollte, das war einfach ein bisschen zu lange gedauert. Mal schauen, was der Schützrichter jetzt macht. Aber da jetzt in ihr Gelb-Rot runterzustellen, das wäre natürlich nicht. Nein, 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 er hat ja noch nichts. Achso, irgendjemand hat gerade gesagt, der hat schon Gelb im Hintergrund gehört. Nein, nein, Jannik Stark hat Gelb. Achso. Ich wollte gerade sagen, also. Und das war dann der Halbzeitpfiff. Das war abrupt jetzt das Ende der ersten Halbzeit. Christian, ich fand die Anfangsphase war richtig ordentlich, die ersten 20, 25 Minuten. Dann am Schluss war es auch ein bisschen nicklich. Und natürlich die Verletzung von Michael Akoto schlägt ein bisschen ins Kontor. Wie fällt dein Fazit aus? Genau, wie du es gesagt hast. Ordentlich reingekommen ins Spiel, dann war es ein bisschen wild. Dann hatten wir mal so offene Räume in Umschaltsituationen, wo wir sicher in der Restraumverteidigung hätten besser sein können. Das war der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Michael. Aber, ja, muss man schauen. Also, war okay. Gut, dann hoffen wir, dass es bei Michael Akoto nicht so schlimm ist. Christian, die zweite Halbzeit kannst du ganz in Ruhe gucken. Und noch das ein oder andere Transfertelefonat vielleicht tätigen. Dann ist Renzi Königswürfer hier am Mikrofon. Und wie gesagt, wir hoffen auch noch ein bisschen auf Brenton Borello. Und hören auch gleich, ich kämpfe ja gegen den Stadionsprecher an, wir hoffen auch gleich in der Halbzeitpause den Kapitän Sebastian May, der heute aus Resten angereist ist, am Mikrofon begrüßen zu können. Also, gleich melde ich mich von unten an mit Sebastian May. Okay, zunächst aber nochmal vielen Dank an den Kaderplaner von Dynamo Dresden, Christian Walter. Christian, vielen Dank für deine zweite Halbzeit. Danke dir, Jens. Dir auch. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann haben wir Halbzeitpause hier im Heilbad Heiligenstadt. Ich freue mich sehr. Der Kapitän ist an meiner Seite. Naja, Basti, ich würde mich natürlich mehr freuen, wenn du hier auf dem Rasen stehen würdest. Sebastian May, mal kurzes Fazit zu den ersten 45 Minuten. Wie hat es von außen angeschaut? Für mich sehr zerfahren. Wir hatten, glaube ich, ein, zwei Standards, die ganz gut kamen, wo wir ein, zwei Chancen hatten. Aus dem Spiel relativ wenig. Momentan tun wir uns da ein bisschen schwer. Ja, ich glaube, das Geläufe ist jetzt auch nicht so das Beste. Ziemlich warm, ziemlich stumpf und von daher ist es okay. Natürlich haben wir ein bisschen zusammengezuckt bei der Auswechslung von Michael Akoto. Kannst du schon was sagen? Du saß ja auch mit draußen. Ist es eine Vorsichtsmaßnahme? Ja, auf jeden Fall, weil er so ein bisschen was gespürt hatte. Und ja, mit den Vorfällen, die jetzt die letzten zwei Wochen da waren, sollten wir jetzt hier kein Risiko mehr eingehen, um irgendeine Verletzung dann noch zu provozieren. Du sprichst aus eigener Erfahrung. Wie ist bei dir der Zustand, was der Trainer so gesagt hat, ist das jetzt nicht der schlimmste aller Muskelfaserrisse? Ja, ist auch so. Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr im Alltag, da ist alles gut und jetzt fange ich an, wieder rein zu radeln und ein bisschen wieder rein zu kommen. Also ich kann noch nicht sagen, wie lange es dauert und ob es überhaupt so lange dauert, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es relativ schnell wieder funktionieren wird. Das bedeutet, du fährst dann wieder zurück nach Dresden oder bleibst hier? Ja, ich muss dann wieder zurück nach Dresden, weil ich morgen früh... Mit Tobi Lange wieder eine nächste Einheit vor dir hast. Genau. Das Trainingslager kommt dann also für dich nicht mehr in Frage. Gibt es eine Perspektive, einen Plan? Ich will dich jetzt hier nicht unter Druck setzen, wann das Mannschaftstraining wieder ein Thema sein könnte? Ja, irgendwann nach dem Trainingslager. Das Trainingslager ist jetzt für mich erstmal noch nicht in Reichweite, aber irgendwann nach dem Trainingslager, also so schnell wie möglich nach dem Trainingslager will ich dann wieder mittrainieren. Aber man muss halt gucken, wir haben jetzt halt relativ viele von diesen Verletzungen, dass man das vielleicht ein bisschen koordiniert macht und nicht gleich wieder voll ins Training einsteigt, sondern das so peu a peu macht. Kannst du dir das erklären oder ist das einfach ein Zufall? Schwierig, schwierig das zu erklären. Ich bin jetzt kein professioneller Leichtathlet oder sowas, dass man das auswerten kann, aber es ist einfach schwierig. Letztes Jahr hatten wir viel Knie und jetzt dieses Jahr sind es vielleicht diese Muskelverletzungen. Wir müssen gucken, dass wir da halt irgendwie reagieren und irgendwie gucken, dass wir da unsere Lehren draus ziehen und die Steuerung einfach vielleicht ein bisschen verändern. Jetzt steht es hier 0 zu 0, aber das Schönste finde ich, es ist wieder ein bisschen so ein Spiel, was sich nach Fußball anfühlt. Man hört nicht alle Schreie vom Grünrasen, weil Zuschauer da sind. Das macht es irgendwie schön, oder? Ja, schön, es sind ein paar Jungs aus Dresden mitgekommen, das ist ganz, ganz geil. Und ja, es fühlt sich so ein bisschen wieder nach Stadion an, aber es ist halt ein Testspiel. Das ist jetzt halt, ich will wieder ins wirkliche Stadion, in unser Stadion. Und das ist ja das große Ziel, dass wir dort wieder mit unseren Jungs und Mädchen da oder Mädels in unseren Reihen dann wieder Fußballfeste feiern können. In drei Wochen geht es los gegen den FC Ingolstadt. Ich glaube, die Hoffnung, die darf man durchaus haben, dass da Zuschauer dabei sein werden, so wie sich gerade die Inzidenzen gestalten. Ja, also ich gehe mal davon aus, also ich will jetzt hier noch nichts versprechen, aber wenn ich jetzt hier die EM sehe, dann dürfte das eigentlich alles gut gehen. Ja, hoffen wir, es müssen ja nicht gleich 30.000 sein. Ich glaube, da wird man aufpassen. Dürfen wir aber natürlich gerne. Würden wir auch sofort nehmen? Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn 30.000 Geimpfte ins Stadion, was soll da dann passieren? Aber lass uns über den Saisonstart noch mal reden. Wie siehst du die ersten Spiele? Also Ingolstadt, dann Hamburg, Hannover, Rostock. Das ist ein schönes Auftaktprogramm. Ja, es sind halt zwei von vier Mannschaften, die wir aus der letzten Saison schon kennen. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns, um in die Liga reinzukommen. Und haben halt mit Hannover und Hamburg gleich zwei Bretter vor der Nase, wo wir aber eigentlich, denke ich, ganz gut gerüstet sein werden. Und ja, wir müssen gucken, dass wir die Verletzungen jetzt so gering wie möglich halten und die, die jetzt verletzt sind, so schnell wie möglich zurückholen. Aber mit dem Augenmerk darauf halt, dass es nicht sofort wieder irgendwas reißt. Und das ist so jetzt das Große, was wir jetzt brauchen. Morgen ist Pokalauslosung. Ihr seid im Topf der sogenannten Amateur-Teams dabei. Also das ist mal als Drittliga-Aufsteiger bedeutet, auf jeden Fall Heimspiel und auf jeden Fall Erst- oder Zweitliga ist. Wie handhabst du das? Schaust du das dann gebannt oder lässt du es dir mitteilen? Und sagst du eher Aufgabe machbar oder Aufgabe absoluter Knaller? Wir hatten letztes Jahr ein machbares Team aus der zweiten Liga. Dieses Jahr sind wir dann halt selber Zweitliga-Team. Deswegen würde ich mir wieder eigentlich eine Mannschaft aus einer Liga höher wünschen. Weil sonst, Pokal soll ja irgendwie was Besonderes sein. Und die zweite Liga, die Mannschaften haben wir ja alle, die lernen wir alle kennen. Und die aus der Bundesliga, das wird halt wahrscheinlich nur ein, zwei Mal, je nachdem wie weit wir kommen, dann kommen. Und von daher wünsche ich mir irgendwie einen Bundesligisten. Also ein Bundesligist soll es sein. Morgen 18.30 Uhr. Schaust du das? Oder wie gesagt, du musst schauen, wie die Tobi Lange meine Reha gestaltet. Wie lange ich dann... Wie lange ich dann... 18.30 Uhr am Sonntag wird da noch trainiert? Ja, klar. Die Jungs hier sind ja am Sonntag auch noch dabei. Und bei uns sieht das halt so aus, dass wir halt... Tobi Lange hat einen langen Arbeitstag. So ist das halt. Er hat viele Jungs zu betreuen und legt sich das halt so. Und da muss man gucken, wer wie dran kommt. Sebastian, vielen Dank. Schön, dass du hier kurz in der Halbzeitpause vorbeigeschaut hast für das Interview. Danke dir. Ich schaue jetzt gleich wieder hoch zum Kommentatorenpult. Danke, Sebastian. Und wir machen dann gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig steht noch 0 zu 0. Renzi Königsdörfer wird dann bei uns am Mikrofon sein. Danke an Sebastian nochmal und wir hören uns gleich zur zweiten Halbzeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind schon wieder zurück. Wir hatten gar keine Zeit, durchzuatmen. Und wir, sage ich mal so, jetzt bin ich glücklich, dass ich auch in der zweiten Halbzeit einen Co-Kommentator habe. Eine Berliner Schnauze, würde ich mal sagen. Renzi Königsdörfer ist bei mir. Renzi oder Rensford, aber wir haben uns auf Renzi jetzt schon geeinigt, oder? Ja, das passt. Guten Tag. Und bei dir natürlich die erste wichtige Frage. Letztes Spiel gegen Wiesbaden, da war fast alles schön. Es gab den Drittliga-Pokal, aber diese Meniskus- und Kapselverletzung bei dir, die hat so ein bisschen Wasser in den Siegeswein geschüttet. Aber du hast gutes Heilfleisch, oder? Ja, ganz viel Spaß. Es geht schon auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich denke, was passiert hat im Fußball, muss man halt ausgerüben. Aber Stand jetzt geht es mir auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt fast wieder bei der Mannschaft, deshalb ist alles gut. Großartige Stimme übrigens, also die ist auf jeden Fall fürs Kommentieren super geeignet, Renzi. Wir werden die zweite Halbzeit hier gemeinsam schauen. Du hast hier erst 45 Minuten von draußen geschaut. Ich habe schon Sebastian, also Basti May jetzt gerade gefragt. Der hat gesagt, naja, war schon relativ zerfahren. Ein, zwei Chancen nach Standards habt ihr gehabt. Es ist so ein typisches Testspiel, oder? Ja, ich denke, man kann ja hier viel Risiko gehen und so und es geht halt viel hin und her, aber so richtige Chancen sind halt noch nicht da. Aber wir sind jetzt auch nicht alle, sechs Wochen schon alle im Training. Aber natürlich wollen wir trotzdem gewinnen. Das ist klar. Also wie gesagt, so viele Testspiele kommen dann nicht mehr. Und man nutzt natürlich diesen heutigen Auftritt zum einen, um ein bisschen was zu testen, zum anderen, um dem einen oder anderen Spieler auch so ein bisschen Spielpraxis zu geben. Wie gesagt, wir gehen da davon aus, dass da noch ein bisschen gewechselt wird. Mit Sicherheit. Und wer ist denn bis jetzt ausgewechselt eigentlich? Bislang haben wir, glaube ich, erst mal nur Löwe in der ersten Halbzeit, der für Akoto gekommen ist. Und das ansonsten... Nee, nee, nee. Kulle ist jetzt auch drin. Gut, dann dürfte... Aber ansonsten sehe ich so viele weitere Wechsel... Nee, ansonsten denke ich nicht. Genau, da hast du recht. Ja, Luca gefällt mir bis jetzt auch recht gut im Training. Der dürfte dann für Moro Schröder gekommen sein. Ja, Kulle ist für Moro gekommen. Genau. Hui. Nee, Pascal Sohm ist auch noch neu mit dabei. Wir müssen das Ganze erst mal noch ein bisschen ordnen. Pascal Sohm ist auch neu mit dabei. Nee, nee, nee. So, wir ordnen hier auch noch gemeinsam mit dem Stadionsprecher. Ja. Also Sohm ist auch drin. Ja, Sohm ist auch drin. Für da Ferne. Für da Ferne, ja. Haben wir es jetzt durch? Jetzt muss es eigentlich durch sein. Also haben wir drei Wechsel insgesamt gesehen. Genau. Chris, Duffy und... Nee, nee, Chris, Kulle und Shomi. Also da Ferner und Schröder sind raus. Raus ist, der ist raus, ja. Ja, der ist raus, ja. So, ich kann das hier noch nebenbei kommentieren, dass Renzi jetzt noch dem Stadionsprecher kurz erklärt, wer da rein und raus gegangen ist, damit der das durchsagen kann. Und die Auswechslung, ja. Hat er schon. Okay. Die hatten wir schon. Super. Also auf jeden Fall Multitasking, Renzi. Ja, das ist eigentlich sonst nicht so mein Ding. Jetzt kommt hier Eintracht Traunschweig. Das wird jetzt gefährlich. Zweite... Gute Chance da. Der ist sowieso sehr auffällig, das muss man sagen. Luki Horst, der auch in der ersten Halbzeit schon gute Akzente hier gesetzt hat. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Der setzt sich da schön durch. Knipping kriegt da noch erstes Bein durch. Dann der zweite Versuch. Das war eine gute Möglichkeit. Spitzer Winkel. Auf jeden Fall. Ja, knapp noch die Latte geschiffen, oder? Also auf jeden Fall die erste Chance im zweiten Durchgang für die Eintracht aus Braunschweig. Und jetzt kommt Heinz Mörstel. Und Minzeo ist da ins Abseits getappt. Konnte man ja eigentlich einfach so hin, oder musste man negativ testen? Geimpft, getestet oder genesen ist, glaube ich, das Motto auch bei diesem Testspiel. Und es müssen auch gewisse Hygieneregeln eingehalten werden. Schuhe sitzen. Ja, ein bisschen hart, jemand sagt. Ja. Hab ja auch mit dem zusammen mit der und 19 noch gespielt. Super Junge. Der ähnlich wie Chris Löwe aus Plauen kommt. Ja. Chris ist ja jetzt hinten in der Dreierkette drin. Ja, bei der kurzen Ausgang ist es Paul nach rechts, Tim in die Mitte und Chris nach links. Wo wird denn das eigentlich ausgestrahlt? Das Spiel wird ausgestrahlt bei Dynamo TV im Netz. Auf YouTube. Gerade live. Und wir sehen den nächsten Eckball für die Braunschweiger. Oh, wir haben gar gewechselt. Also Phil Harris ist jetzt drin in der Partie, den du auch aus dem Nachwuchs kennst. Dann bist du doch der beste Phil Harris-Experte. Was zeichnet ihn denn aus? Er ist halt groß, schnell, hat einen starken Schuss. Das zeichnet ihn aus. Es sind einige Youngster heute und hier mit dabei. Ja, wir haben ja allgemein eine relativ junge Mannschaft, muss man ja schon sagen. Auch letztes Jahr hat sich ja jetzt nicht so viel was geändert. Ich hab das Gefühl, wir sind sogar noch jünger geworden. Ja, aktuell durch die vielen Verletzten und auch durch die ein oder andere Verletzte bei erfahrenen Spielern seid ihr definitiv jünger geworden. Ja. Wann ist das Mannschaftstraining bei dir wieder ein Thema? Also ein genaues Datum gibt es jetzt nicht, aber ich denke oder hoffe eher so, dass es so in einer Woche ist. Also ich werde ab nächster Woche jetzt Teile des Mannschaftstrainingen immer mitmachen und dann richtig einsteigen und voll mitmachen, denke ich und hoffe ich halt, wie gesagt, so nach einer Woche. Also gibt es durchaus noch die Perspektive, in drei Wochen ist ja der Saisonstart, dass es zumindest vielleicht für die Ersatzbank ein Thema sein könnte, oder? Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ja, das war am Anfang an mein Ziel, so hab ich auch. Darum hast du auf Ibiza oder Malle verzichtet und auf den ganzen Urlaub. Ja. So, jetzt der, also viele Standardsituationen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall. Keine Probleme da für Kevin Broll. Wie hat der Christian sich dann davor so geschlagen hier? Christian ist hier ja schon ein alter Hase beim Kommentieren. Der hat das schon häufiger gemacht. Aber Tore sind auch nicht gefallen. Also von daher, die konnte er auch nicht herbeischreien in der ersten Halbzeit. Denkst du, dass wir noch tofer sind? Wir müssen positiv denken. Wir müssen ja die Leute am Computer oder am Bildschirm halten, damit die, oder manche gucken das ja sogar auf dem Handy, damit die dranbleiben. Also viele Tore scheinen zwischen Dynamo und Braunschweig nicht zu fallen. Letztes Jahr gab es ja auch nur ein knappes 1-0 damals für Braunschweig. Ja, ein bisschen unglücklich für uns damals. Er hatte da viele Chancen. Ja, selbst ich hatte, glaube ich, ein 3. Ja. Aber wenn Sie, das hört sich doch gut an, oder? Das hört sich gut an. Und ich hoffe auch, dass viele Fans hier ins Stadion können, wenn dann die Saison beginnt. Ich weiß nicht, gibt es schon irgendein Ziel oder so? Wie viel denn rein? Das gibt es noch nicht. Aber ich glaube, das wird dann auch irgendwann jetzt zeitnah kommuniziert. Ja, muss ja. Muss ja alles vorbereitet werden, ne? Bei allem Aufstiegsjubel war das natürlich das große Manko, dass die Fans euch in der letzten Saison nicht begleiten konnten. Ja, das war wirklich sehr schade. Gut abgeräumt hier von Chris Löwe. Ja. Aber ich muss schon sagen, die 2. Halbzeit macht Braunschweig mehr. Die haben echt mehr Druck. Die machen hier wirklich... Jetzt gerade stehen wir echt tief drin, auf jeden Fall. Ja. Also da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass hier ein 2. Ligist gegen den 3. Ligisten spielt. Also Braunschweig macht viel zu Beginn der 2. Halbzeit. 1. Halbzeit hatte ich schon den Eindruck, da war es ausgeglichen. Ja, ich fand auch, 1. Halbzeit hat Braunschweig am Anfang ein bisschen mehr und wir dann hinten raus eher mehr. Aber jetzt... Vielleicht ist es ja wieder so. Hatte natürlich die Möglichkeiten durch... ...da ferner. Ja. Gerade der Distanzschuss war richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, der war reingegangen, wenn der Torhundestang gewesen war. Hat er wirklich gut gehalten, der Keeper von Eintracht Braunschweig. Janik Bangso. Tim Knitting. Schön durchgesetzt. Janik Stark. Will. Der überlegt, ob er jetzt raus spielen soll oder nicht, weil der Braunschweiger Srian Henning, der rangekommen ist, da erst ein bisschen angeschlagen wirkte. Lernst du die Namen eigentlich immer am Vortag ein bisschen auswendig? Wir haben doch hier den Bogen. So. Und jetzt gibt es mal eine Standardsituation für uns. Für die Sportgemeinschaft. Das Paul will gute Ecken treten kann, haben wir in der letzten Saison auch ein ums andere Mal gesehen. Ja. Ich glaube, wenn ich nicht auszeichne, drei Tore sind dadurch entstanden, oder? Nächsten Wechsel sehen wir bei Dynamo zuvor noch. Leo kommt rein. Für Luca. Leo Löwe kommt rein? Ja. Für Luca Hermann. Für Luca Hermann. Das hat ja für großen Jubel in der Dynamo-Fangemeinde gesorgt, dass Leo Löwe seinen Vertrag verlängert hat. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ich mag ihn sehr. Einer mit einem ganz großen Dynamo-Herzen. Das stimmt. Bisschen zu kurz, leider. Aber ich glaube, das Training von Standards kommt dann eher in der Schlussphase der Vorbereitung. Erstmal Ausdauer. Wie läufst du die fünf Kilometer zum Beispiel? Gib uns mal so eine Maßzahl. Ich bin halt im Sommer nicht viel gelaufen. Fünf Kilometer. Oder drei Kilometer. Ich glaube, jetzt ungern freiwillig, deshalb weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Laufen ist jetzt nicht so meins, aber ich würde keine Ahnung. Sagen wir einfach, wenn ich normal laufe, etwas schneller, fünf Minuten, also fünf Minuten pro Kilometer. Dynamo-Trainer. Alexander Schmidt hat erneut gewechselt. Der Spielfeld verlassen. Mit der Nummer 19 hat Luca Hermann. Neu für ihn im Spiel mit der Nummer 15. Chris Löhre. Auch der Braunschweiger ist auch kräftig durchgewechselt worden. Broschwitz unter anderem jetzt drin auch. Wir begrüßen auch bei dem Braunschweiger. Erfahrene Spieler, erfahrene Stürmer. Mit der Nummer 6, Drain Henning. Mit der Nummer 7, Maurice Mothau. Mit der Nummer 33, Nick Broschwitz. Und auch mit der Nummer 30, Brian Berland. Also Michael Schiele, der Trainer von Eintracht Braunschweig hat dann auch die ein oder andere Wechselmöglichkeit genutzt. Muss allerdings sagen, Braunschweig hat ein paar mehr Spieler momentan an Bord als die Sportgemeinschaft. Echt? Du kannst gerne durchzählen. Ich glaube, das sind doch ein paar mehr aktuell, weil doch bei Dynamo der ein oder andere angeschlagen fehlt. Ja, ein bisschen unglücklich. Und deshalb hoffen wir auch, dass es bei Akoto, bei Michael Akoto, wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme war zum Ende der ersten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, Renzi, wenn ich dich so vernommen habe, klappst du jetzt hier nicht mehr an den großen Torewirbel. Ja, und dann hat das große Tore-Festival. Und am Festival wird es bestimmt nicht, aber wird auf jeden Fall dranbleiben, weil in der neuen Nachtsmüse kann ich auch einen Tore aufhauen. So. Was wir hier auf jeden Fall gucken können, ist, wie Dynamo bei Standards des Gegners aufgestellt ist. Ja, heute lernen wir ein bisschen Ecken verteidigen. Richtig. Ja, Braunschweig wechselt, glaube ich, gleich wieder. Schön rausgeköpft von Knipping. Wie? Ja. 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 Ja, war nicht schlecht. Auch mal probiert. Aber ich glaube, da hat Kevin Proll gesehen, dass der vorbeizieht. Ja. Der Schuss hier von Bayern Bayern in der 64. Minute. Ja, doch, die ein oder andere Nicklichkeit gibt es hier schon. Also, die haben sich ja schon in der ersten Halbzeit kennengelernt. Ja. Ja, aber das klärt Braunschweig dort bislang auch sehr gut. Also, man muss schon sagen, die Niedersachsen, der Zweitliga-Absteiger lässt vor allem im zweiten Durchgang relativ wenig zu. Ja, ich erinnere mich tatsächlich sogar, stand jetzt auch noch, kein Torschuss von uns in der zweiten Halbzeit. Auch hier haben sie den Angriffsversuch wieder unterbunden. Wir haben vorhin Christian Walter versucht zu fragen, aber der ist ja heute erst angekommen. Wie intensiv ist es denn bislang seit Donnerstag seit er hier? Das Training jetzt? Ja, das geht. Also, vor allem haben sie erst mehrere ein bisschen verletzt, also ist ja unser Trainer jetzt eh immer ein bisschen vorsichtiger. Und auch so, wir hatten ja jetzt am Mittwoch, glaube ich, zuletzt ein Spiel. Dann sind wir Donnerstag hier angekommen, haben jetzt auch nicht Vollgas gegeben natürlich. Und heute ist es halt schon das nächste Spiel gewesen. Aber es ist jetzt nicht überanstrengend, aber es ist jetzt auch nicht überlocker. Ich würde sagen, normal. So, der eine oder andere muss natürlich trotzdem durchspielen heute. Liebe Fußballfans, wir wissen, dass ihr eure Mannschaft über alles liebt und auch sie gerne anfeuert. Aber auch ein Hinweis der Polizei, bitte unterlasst das Abbrennen von Pyro-Technik. Hier sind Frauen, Kinder und so viele Erwachsene. Oh, das war kein guter Pass da. Ein ganz blöder Rückpass und Braunschweig mit der Chance zum 1. Oh, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Da haben sie Glück gehabt und wir sehen. Ich glaube, der ist ausgerutscht. Und der hat gerade so ein Rasenstück geworfen. Der Mann irgendwie auf Braunschweiger Spiele-Seite des Spiels, Lücke Ehrhorst, er rutscht ein bisschen weg, oder? Boah. Aber auch ein katastrophaler Rückpass gewesen. Ja. Und Braunschweig um ein Haar in der 66. Minute mit der Führung. Das war die dickste Möglichkeit im zweiten Durchgang. Auf jeden Fall. Oh, gerade jetzt nochmal die Info bekommen, wie wir das mit Brandon Borello machen nach dem Spiel. Machen wir nach dem Spiel. Er kommt dann zu uns ans Mikrofon. Und da kriegt er dann auch noch eine Stimme vom frischesten Neuzugang, der heute verpflichtet worden ist, Brandon Borello. Ja, ich habe ja schon ein bisschen mit dem gequatscht. Und was sagt er denn? Echt korrekt. Ist echt nett auf jeden Fall. Hat auch gesagt, findet das Trainingszentrum auch super bei uns. Gut, also ich habe schon von schlechteren Trainingszentren gehört. Ja, mit Sicherheit. Also das kann sich ja durchaus sehen lassen. Ich glaube, da gibt es sogar in der ersten, aber vor allem auch in der zweiten Liga schlechtere Trainingszentren. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der man Eindruck schindet. Ja, ich finde schon das Trainingszentrum im Bundesliga-Niveau. Ja. Auf jeden Fall. Ah, Trinkpause. Ah, wir haben die Trinkpause. Ich dachte jetzt schon wieder, deshalb zeigt es, gibt es den nächsten Wechsel. Aber wir haben die Trinkpause. Hier unten unter uns laufen sich noch zwei Spieler aus. Jung Menzeo und Luca Hermann. Wie viel Grad ist er eigentlich heute? Also ich habe vorhin mal drauf geschaut, 24 Grad. Aber ich trotzdem mache die Trinkpause Sinn. Ja. Wir haben noch mal die Riesenchance gehabt von Eintracht Braunschweig. Was meinst du, ist er wirklich? Ja, ich denke schon. Ja, deshalb nimmt er ja den, und schimpft mit dem Grasfetzen dort. Ja, nee, bei der Hitze auch pur in der Sonne ist eh mal ein bisschen... Ja. 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 Berliner Mannschaft. Ja. Ja. Das wusste ich gar nicht. Morgen ist Pokalauslosung. Äh, in welchem Topf sind wir denn? Ihr seid in dem Topf der Kleinen. Also, ihr könnt... Nur gegen 1. und 2. Deutliches. Richtig. Und habt definitiv ein Heimspiel. Das ist gut. Also, das Duell gegen Eintracht Braunschweig kannst du zum Beispiel nicht geben. Ja, aber die sind ja auch im zweiten Topf heute. Die sind auch in dem zweiten Topf. Ja, ja. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich lasse mich überraschen. Gut. Hast du denn einen? Ich bin ja immer dann derjenige, der sagt, es ist schon eine Aufgabe, die lösbar ist. Also, es muss jetzt nicht der SV Sandhausen sein. Schon attraktiv, aber lösbar. Ja. Bei Bayern habe ich jetzt auch keinen Bock. Reicht ja dann im Achtel- oder Viertelfinale. Ja. So. Getränke sind gefasst. Musik wäre dann auch wieder gut, wenn wir sie ausmachen würden. Oder wir spielen mit Beschallung weiter. So. Ist ja Hintergrundmusik. Schön auf dem Twitch. Bisschen chill. Also, man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass hier Musik drin ist. Vor allem aus Dynamo-Sicht die zweite Halbzeit dann doch eher überschaubar. Ja. Schon jetzt ist noch nicht so viel passiert auf jeden Fall. Vor allem auch von unserer Seite aus. Und klar, ich glaube, euer Trainer hat auch noch mal gesagt, plus, dass sich keiner noch noch einer verletzt. Also, das würde auch gar keinen Fall. Ja. Ich glaube, bei ihm können natürlich auch keine weiteren grauen Haare wachsen, aber wenn es möglich wäre, würde er die bekommen. wieder kommt Eintracht Braunschweig. Aber sie machen es teilweise dann auch etwas umständlich. Ja. Das kommt euch zugute. Ja, keine Ahnung, aber die sind auch relativ schnell hinterm Ball, muss man schon sagen. weiter geht's mit Freistoß für Eintracht Braunschweig. 500 sind es glaube ich. 500 Zuschauer. Echt? Ja. Ja, wenn ich das in der Halbzeitpause richtig vernommen habe, auf dem Weg zum Interview mit Basti Mai, dann sollen es wohl rund 500 Zuschauer sein. Und das haben wir ja nun lange nicht gehabt. Das haben wir lange nicht gehabt. Stimmt. Ich glaube jetzt auch in Dresden bei den Testspielen, wo es so arsch heiß war, waren auch nicht so viele Fans da. Wie was? Naja, manchen Tagen war die Temperatur schon. Ne, muss heute echt nicht so. Wir haben einen Haaren durchgerutscht, aber am Ende haben sie dann aufgepasst. Ja. Aber es kommt kaum noch was nach vorne bei Dynamo, das muss man wirklich sagen. Das ist brutal schwer jetzt mit Offensivaktionen. Da geht kaum noch was. Wie wenn sie schon gesagt hat, so richtig viel Offensivgeist haben wir noch nicht erlebt. Ja, leider. Ja, also das müssen wir schon fast mit der Lupe zusammensuchen. Da zählt ja schon der Eckball mit dazu. Und die eine Chance halt da. Und die eine Chance da, genau. Wo sonst? Auf beiden Seiten ein bisschen. Ja, ein bisschen Freistoß. Handspiel, oder? Ja. Wird dann abends, was wird dann abends so im Trainingslager gemacht? Schaut er gemeinsam Europameisterschaft? Spielt er an der Playstation oder was steht an? Also gestern haben wir Europameisterschaft ein bisschen zusammengeschaut und nebenbei hier Werwolf gespielt. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Sagt mir auf jeden Fall was. Ja, das haben wir glaube ich 15 Leuten gespielt. Ihr habt nebenbei, also ihr habt Fußball-EM geguckt und nebenbei noch gespielt oder? Okay, klar. Da konzentriert man sich in der heutigen Zeit nicht auf eine Sache, sondern macht mehrere Sachen nebenbei. Super. Für wen warte denn? Waren mehr für Belgien oder mehr für Italien? Das Spiel haben wir nicht geguckt. Was? Wir hatten davor noch das Spiel, hatten wir Schweiz gegen... Ah, okay. Gegen... Spanien. Spanien, genau. Da waren die meisten auch wieder für Spanien. Äh, für Schweiz. Okay, für den Außenseiter. Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil eigentlich sympathisiert man dann ja eher auch ein bisschen mit dem Außenseiter. Ne, die meisten waren für die Schweiz. War auch ein bisschen... Also es war auch ein verrücktes Elfmeterschießen auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir uns den Angriff an. Vielleicht kommt da jetzt mal was rum. Ah, wir sind mit wenig schon zufrieden. War eine ganz gute Aktion, oder? Ja. Von Leo Löwe. Oh, ein bisschen Netflix auf dem Zimmer und halt... Und Italien, Belgien wurde dann nicht mehr geschaut? Also man konnte auf jeden Fall gucken, aber... Okay. Also ich hab zumindest dann nicht mehr da geschaut. Okay. Die erste Halbzeit war aber... Also gerade die erste Halbzeit war richtig gut. War ein richtig gutes Spiel. Ne, ich glaub die erste Halbzeit konnten wir, glaub ich, noch nicht so gucken, weil wir davor hatten wir ja auch Training, mussten duschen und so. Okay. Von draußen macht der Rasen eigentlich einen guten Eindruck. Aber... So, jetzt gucken wir mal kurz hier den Angriff von Eintracht Braunschweig, aber auch der kann unterbunden werden. Kosten eines Einwurfs für die Niedersachsen. Ja. Schultz, der Braunschweiger, spielt offenbar auch durch. Gehört zu denen, die bei den Braunschweigern durchspielen. Der Kapitän. Ja. Ja. Auf Dynamo-Trainer. Alexander Schmidt hat noch zwei neue auf den Rasen geschickt. Und zwar mit der 29 neue im Spiel Phil Harris und mit der Nummer 34 Leo Löwe. Willi, komm. komm, komm komm ruhär. Du machst dich. Deine Budgastelaer. Alle im Spiel Philipp Schwell der Hamburg. Hier verleibt uns das Spiel. so weiter bald da von knipping da reicht die körpergröße von leo löwe dann auch nicht so richtig aus und deshalb auch hier abgefangen von eintracht braunschweig also hoffen wir auf die von wenn sie prognostizierte 89 minute weiter angriff für die braunschweiger linke seite und wir kriegen mal wieder einen eckball der niedersachsen geboten binden dort wo die ecke getreten wurde auch einige dynamo fenster viele schauen ja wenn es möglich ist im trainingslager vorbei in den letzten jahr war das nicht möglich aber dieses jahr ist es in ansätzen wieder möglich ich komme letztes jahr waren auch schon ein paar da waren aber welche hinter dem zaun jetzt erst mal hier den auf den eckball moment das wird fast gefährlich aber dann das faulspiel leo löwe ich glaube es auch ganz ganz schön dass das hier so zentral das ist deshalb ist für jeden gleich lang hinzukommen so sieht es aus und sind auf jeden fall auch welche heute frisch aus westland gereist die jetzt auch wieder zurück fahren werden ja hat sich ja vorhin schon gesagt sind 300 kilometer selbst nicht die welt so janik stark versucht das spiel ein bisschen auf die rechte seite zu verlagern da kriegen wir auf jeden fall jetzt noch mal ein freistoß zu sehen heins mörschl der standard für dynamo ja ja nach der ecke mit dem kopf weil gutes gedächtnis also ha 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 so hier haben wir die fans der sportgemeinschaft so was kriegen wir denn jetzt für den freistoß geboren werden sie was wird das jetzt für eine variante das klingt nach einem detaillierten plan gucken wir mal jannik stark bringt den rein am höchsten gesprungen ist ein braunschweiger spieler konnte das dann erst mal klären aber vielleicht setzt ja die norme noch mal nach es gibt es jetzt noch mal so ein pressing klar wir schauen auf die uhr 80 minuten saison vorbereitung da zeigt der zeiger dann langsam auch auf reserve ich glaube ja ja definitiv also ich glaube bei diesem test spielen sind mehrere möglichkeiten zu wechseln ich mache jetzt nicht ob es können sondern spieler bezogen ob ich glaube zum beispiel der probespieler meister job ist noch da aber sonst simon goldnack ist glaube ich auch nicht also von daher es gibt noch möglichkeiten ein wichtiger hinweis von dresden und auch von der eintracht aus braunschweig vom sportchef ganz wichtig aufgrund der hygieneregeln und der abstandsregeln ist das ganz ganz wichtig bitte liebe fußballfans haltet euch alle daran es ist untersagt für alle fans hinterher nach dem spiel nach dem abpfiff zu gehen oder zu den spielern zu gehen mit ihnen selfies zu machen stellt euch wenn an die absperrbänder und dann kann jeder spieler selbst entscheiden inwieweit er dazu bereit ist aber unterlassen es mit auf den rasen zu gehen oder selfies auf dem rasen mit den spielern zu machen oder sie in den arm zu nehmen es ist untersagt und auch von der sportlichen leitung von beiden vereinen aus dresden und auch aus braunschweig erwünscht dass ihr das bitte einhaltet stellt euch an die seitenbänder wer gerne ein foto machen möchte dass jeder spieler selbst entscheiden kann wie weit er sich darauf einlässt dass wirklich abstandsregeln hygienemaßnahmen auch bei beiden mannschaften gerade zu beginn der saison wenn sie dann losgeht alle spieler kerngesund sind und auch kerngesund bleiben und alle vorschriften auch hier in heiligenstadt eingehalten werden braunschweig und auch dresden bedankt sich bei allen fans dass ihr hier seid und dass ihr euch an diese vorschriften diese wünsche des vereins erhalten werde dankeschön ja das ist was der schallensprecher jetzt hier gerade gesagt hat für euch natürlich auch nicht ganz einfach die fans dürsten nach selfies die wollen endlich mal ein foto wieder mit euch machen aber ihr müsst natürlich auch corona regel einhalten und es geht einfach vieles noch nicht so wie es vor zwei jahren gegen oder vor anderthalb jahren gegen das ist halt momentan noch nicht so möglich ich denke es wird irgendwann wieder normalität einziehen aber dann müssen eben auch die fans momentan verständnis haben ihr winkt da jetzt nicht aber irgendwie arrogant ab sondern ihr könnt es einfach nicht machen weil eure regeln lassen es nicht zu und man muss auch nur einer fotografieren und dann aufnehmen und sagen okay der spieler hat ja gerade einen fan in den arm genommen und der ist dann natürlich dran also von daher muss man müsst ihr da natürlich komplett aufpassen gerade eingedenkt dass in drei wochen die saison beginnt auf jeden fall nicht so cool wenn jetzt auch hier richtig ansteigt ja vielleicht kriegen wir ja noch mal müssen wir nicht bis zur 89 minute warten sondern wir kriegen jetzt noch mal eine gute möglichkeit für dynamo auf jeden fall gibt es den nächsten eckball so umgreift sich da auch aber ich glaube da geht es jetzt weiter golle kam rein richtig für jonas kühlen die beste chance im spiel die beste chance in der 85 minute hier können wir uns noch mal sehen und es wäre fast das ist ja momentan in mode mit den eigentoren das krank ich habe mal ich habe gelesen dass da ist das tor pascal so 1 zu 0 für dynamo wir mussten doch nicht bis zur 89 minute warten aber wirklich auch die duplizität letztes jahr schießt fraunschweig nach einem eckball das tor und hier dynamo mit dem treffer sehr schön gemacht von pascal sohn dann nachgesetzt nach diesem eckball drückt den ball über die linie wenn sie über verdient oder unverdient müssen wir jetzt nicht groß streiten also du hast das dann im grunde genommen erarbeitet nach dem latten kopfball nach dem fast eigentor setzt du nach machst die nächste standard eine situation rein und es ist auch fast wie im vorjahr wo ja auch ihr die chancen gehabt hat hier in dem spiel hatte dann braunschweig die eine oder andere möglichkeit hätte vielleicht sogar auch in führung gehen können machen das tor nicht und umgekehrt jetzt dynamo in führung mit 1 zu 0 und damit setzt dynamo hoffentlich die makellose test spielserie fort das hat nichts zu sagen also test spielmeister dafür kannst du ja gar nichts kaufen dafür druckst du dir auch kein wimpel aber es ist natürlich gut fürs gefühl bei mir war tatsächlich immer so eigentlich dass man vorweiter war aber nicht so gut bei mir jetzt allgemein jetzt auf hertha jetzt auch bezogen auf verloren ehrlich gesagt bleibt er den freistoß für die braunschweiger bisschen zum unmut von dynamo fuß ein bisschen zu hoch für nach ansicht des schiedsrichters ich glaube auch weil gestrickt mit der sohle war das löwe lässt sich noch mal erklären aber dass er den jetzt zurück und das hat das jetzt natürlich auch nicht gegeben jetzt gucken wir uns an was aus der standard situation von eintracht braunschweig rauskommt 88 minuten dynamo führt 1 0 treffer pascal sohn und jetzt halt diese standard situation kann man mal machen war noch abgefälscht was kriegen wir noch mal geboten eine ecke also so ansatzweise prophetisch war das von dir renzi das gesagt 89 das für ein bisschen er aber du hast ja gesagt hier passiert noch ein bisschen was also von daher gutes gefühl gehabt jetzt hier direkt bald der braunschweiger der war er sebastian meinte schon zur halbzeit dass der rasen jetzt nicht das beste geläuft gewesen er macht eigentlich einen guten eindruck wenn man schon von oben drauf schaut schnell kaputt das haben wir ja von gesehen bei der chance wo er ausgerutscht ist wo er gleich die ganzen fetzen in der hand hat den ganzen gras fetzen sieben tore vier vorlagen letzte saison ja 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 im du bist ja neulich schon gefragt worden was nimmst du dir vor eine liga höher also zu steigern wäre jetzt eine mutige ansage wenn ihr zockt ich will noch einen drauflegen in dieser zweiten liga ja natürlich ich mache mich vorlagen machen aber es wird alles mit der zeit kommen aber du freust dich auf diese zweite liga oder das was heute die aus wirklich sehr sehr geile zweite liga gibt es ein spiel wo du sagst das auf schalke und bremen freut man sich natürlich schon besonders auf jeden fall ist ja jetzt auch nicht alltäglich dass man gegen die spielt so freue ich mich schon auf die spiele ich glaube schalke elfter spielt ja 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 auf schalke ja ich glaube und gegen bremen ist das auch das heim oder ich glaube bremen zuerst zu hause glaube fünfter spieltag bin mir jetzt nicht ganz sicher müsste ich gucken wenn sie dann fasst du mal zusammen wie war das hier das chancenarmes spiel mit vielen standards durchs beschreiben ja letztendlich haben wir jetzt das tor gemacht ich weiß jetzt nicht wie viel nachspielzeit noch ist aber es muss dann auch gleich vorbei sein wieder bremen ist zu hause also spielen wir zuerst in dresden ich glaube so viel lässt er nicht nach spielen hat in der ersten halbzeit eine minute nach spielen lassen wegen der trinkpause und bei solchen testspielen ist es ja immer so dass man jetzt nicht sechs minuten nach spielen lässt und als hättest es gesagt also durch den treffer der 86 minuten gewinnt dynamo dresden der treffer von pascal sohn mit 1 zu 0 die serie hält ich glaube aber man man hat gesehen es gibt schon ein bisschen was zu arbeiten für die nächsten drei wochen war ganz gut dass dynamo hier noch das goldene tor gemacht hat das hat spaß gemacht deine feuertäufe als co kommentator hier bei dynamo tv vielen vielen dank dafür freuen uns wenn wir dich dann möglicherweise schon in drei wochen gegen ingolstadt auf dem grünen rasen sehen wirbel die zweite liga schön durcheinander wir freuen uns über deine vorlagen über deine tore du bist echt ein gewinn für diesen verein hast letztes jahr schon ganz viel freude gemacht mach weiter so und vielen dank dass du heute am mikrofon warst vielen vielen dank an reds von königsdürfer ich melde mich gleich von unten mal schauen ob wir den neuen brend morello zu ans mikrofon bekommen auf jeden fall sollten wir den cheftrainer bekommen alexander schmidt der wird uns gleich rede und antwort stehen zu diesem tesspiel was dynamo mit 1 zu 0 gewonnen hat also wir sehen uns gleich unten am feld danke noch mal renz von königsdürfer und nach hause kommen heute egal wo sie angereist sind der vorstand vom ersten essen 11 heiligenstadt wünscht allen füßballfans egal ob der liestner seite braunschweiger seite oder auch einfach interesse halber die hier waren wir danken euch dafür und wünschen euch eine gute heimreise bleibt alle gesund und freuen uns euch ganz bald wieder hier im gesunden grundstadion in heiligenstadt begrüßen zu dürfen wir sehen uns gleich wieder einmal auf jeden Fall und wir sehen uns gleich wieder auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. 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 Ja gut, natürlich. Ich wollte am Ende dann auch noch einfach größere Spieler auf dem Platz haben, gerade weil Broschwitz halt bekannt ist dann für eine Kopfballstärke. Ja, es waren aber halt, ich sage es mal, es ist kein Nachteil, aber unterm Strich waren sehr viele junge Spieler bei uns auf dem Platz, ja aus dem eigenen Nachwuchs und dann halt, ja, generell sehr jung aufgestellt und jetzt hoffen wir, dass wir schnellstmöglich wieder angeschlagene Spieler zurückbekommen. Das wollte ich gerade fragen, Akoto war eine Vorsichtsmaßnahme oder ist da schon wieder Sirene? Ja, es war dann im Endeffekt eine Vorsichtsmaßnahme, aber die jungen Burschen sind halt dann immer ein bisschen, ich sage jetzt mal, oft überehrgeizig, die wollen dann unbedingt weiterspielen, war beim Elas auch so, ja, beim ersten Spiel, wo es dann geheißen hat, nee, nee, geht weiter, geht weiter und dann nächste Aktion musste er raus und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden in Zukunft, ja, da muss ich Ihnen die Entscheidung abnehmen, wenn ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, ob es Ihnen dann gefällt oder nicht, aber ich will da nichts mehr riskieren jetzt. Das kann ich mir vorstellen, Sie wollen die nächsten Tage hart arbeiten und die Mannschaft intensiv dann auf die Zweitligasaison, die in drei Wochen beginnt, vorbereiten. Absolut, wir haben noch viel Arbeit für uns. Wunschlos für morgen, für die Pokalauslosung? Ja, ich habe ja gesagt, mir wäre es am liebsten ein machbarer Gegner, Heimspiel haben wir eh, aber ja, könnte ruhig ein Name sein, aber es soll halt machbar sein für uns, dass wir gleich so einen Knaller kriegen, wo wir in der ersten Runde krasse Außenseiter sind. Stimme ich Ihnen komplett zu, Dankeschön für das Gespräch, eine gute Woche, bis zum Freitag wird hier noch trainiert im Heilbad Heiligenstadt und vor allen Dingen keine weiteren Verletzten. Danke an Alexander Schmidt, wir machen gleich die Übergabe, denn gleich kommt der Neuzugang. Danke an den Trainer, Brent Bohello zu uns. Brent, hallo, herzlich willkommen, wir sind live drauf bei Dynamo TV und freuen uns, die ersten Worte von dir, ich bleibe jetzt beim Du zuhören. Ja, warum, das ist immer die typische Einstiegsfrage, warum hast du dich für Dynamo und Dresden entschieden? Ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, dass, also die spielerische Tipp und die Charakteristik, dass der Trainer will von seiner Mannschaft, ich glaube, passt zu mir perfekt und ich glaube, ich kann auf jeden Fall die Mannschaft helfen, also ich glaube, wir passen zusammen gut, die Mannschaft ist so frisch aufgestellt und ja, ich glaube, wir können, also können was gut werden. Letztes Jahr hast du die zweite Liga schon kennengelernt, hast für Fortuna Düsseldorf gespielt, warst ausgeliehen vom SC Freiburg, da kommt ja einiges, auch gerade mit den Absteigern, mit Schalke und Bremen, in der kommenden Saison auf Dynamo zu. Ja, ich meine, auf zweite Liga dieses Jahr wird auf jeden Fall richtig heiß sein, ne, also gibt es kein, gibt es kein Spiel, wo du sagst, boah, ja, hier gewinnen wir da, hier gewinnen wir da, aber, ne, ich glaube, zweite Liga wird richtig spannend dieses Jahr. So ein bisschen Gefühl für die Fans von Dynamo, hast du ja heute hier schon bekommen, 500 waren da, die haben ja ordentlich schon Stimmung gemacht, so fühlt sich doch auch wieder Fußball an, wenn wieder Fans da sind, wenn im Testspiel auch wieder, nicht nur mit den ganzen Ansagen von Platz zu hören sind, sondern wenn wieder ein paar Anhänger zu hören sind. Also das ist schon lang, das ist so letztes Mal die Fans gesehen vor einem Spiel und das freut mich total, ne, also die sind, die haben schon Bock auf das Spiel und auf die Saison und ja, wenn, wenn es passt mit Corona und alles und die, die dürfen wieder rein im Stadion, ich glaube das, ja, also, also, ja, für mich ist das, also das brutal, weil die Fans, das Traditionsverein, ne, also, das ist noch ein Spieler auf dem Platz, wenn die da sind, ähm, also, ja, es freut, es freut mich, ich glaube, es freut auch die Mannschaft, ähm, es freut auch die Fans, ne. Ähm, ich weiß jetzt nicht, du trittst in australische Fußstapfen bei Dynamo, weißt du das schon, Joshua Kennedy und Marc Schwarzer haben bei der SGD auch gespielt, das sind Landsmänner von dir. Ja, ja, also nicht so viele, nicht so viele Australiens, aber, also, drei, drei ist gut, also, ja, ähm, ich fühle mich schon wohl hier, ne. Sehr schön. Danke dir, äh, Brent Borrello, der Zuge, Neuzugang von Dynamo Dresden, wir waren dabei beim Testspiel der SGD, heute Nachmittag, 1 zu 0 hat man gewonnen, gegen Eintracht Braunschweig, in zwei Wochen steigt dann die Generalprobe der Dynamos gegen Union Berlin, dann steht dieser Mann möglicherweise wahrscheinlich schon auf dem grünen Rasen im gelben Trikot und in drei Wochen geht's dann los, für Dynamo, der Saisonstart gegen den FC Ingolstadt. Schön, dass ihr dabei wart bei Dynamo TV, heute bei der Übertragung, passt auf euch auf und einen schönen Samstagabend, werft von mir aus den Grill an, macht's euch schön, bis dann, bis bald, ciao aus dem Heilbad Heiligenstadt. Und dann, bis bald, ciao aus dem Heiligenstadt. Und dann, bis bald, ciao aus dem Heiligenstadt. Und dann, bis bald, ciao aus dem Heiligenstadt. . Untertitelung des ZDF, 2020